Die Ausbildung zum Lagerlogistiker Schneller, schneller Mario Wenn du mal meinen Job machen möchtest Muss das besser gehen Ich gehe jetzt erstmal Mittagspause machen Aber ich muss auch noch arbeiten Na toll Katztastisch, begrüßen wir euch Zu Super MB55 World Hier auf Katze Hallo meine Lieben Oh, das ist aber eine kleine Welt heute Ganz genau, wir haben heute wieder Eine Welt aus der Community, nämlich von MB55 und anschließend Weil es eine kurze Welt ist, spielen wir noch Eine zweite Welt Also auf jeden Fall, das Level, das wir jetzt spielen, heißt Papa-Eis Ja, stand da, habe ich jetzt gar nicht geguckt Aber mit B, Papa-Eis Oh, wie süß, gut, dann gucken wir doch mal, ob es hier ein Power-Up gibt Auf jeden Fall gibt es erstmal eine Power-Up-Pyramädie Oh nein Fängt ja schon mal gut an Meine Lieben, hier kommt der Hinweis Wenn euch Super Mario gefällt, hinterlasst einen Daumen hoch Und abonniert Katze Das zeigt uns, dass ihr noch mehr Videos von uns beiden sehen wollt Und das machen wir dann gern Wow Das sieht gefährlich aus Du hast mich fast in die Pflanzen geschuckt Ja Und das hast du jetzt auch gemacht Aber das war keine Absicht, das tut mir leid Ja, ja, es ist nie Absicht Glaub mir doch Okay, ich glaube dir Stoopidei Münzen sammeln Wow Oh, guck mal Guck mal, hinten war Prinzessin Peach als Eismann Ja, hab ich gesehen Weißt du was? Ich sehe gerade oben Wir müssen ja Münzen sammeln 242 Oh Um das Level abschießen zu dürfen Okay Aber hier waren auf jeden Fall schon viele Münzen am Start Ja, warte mal Nicht, dass da rechts noch eine kommt Warte Äh Oh Mann, oh, ich komm zurück Richtig so Jetzt will ich mal bestimmen, wo wir lang gehen Oh, wir kommen ja zurück Okay, ich hoffe, dass wir nichts verpasst haben Doin, 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 doin Erledige die Gummans mal So Weiter geht Bob-Oms Bob-Oms So, warte Hier gibt es noch ein paar bestimmte paar Münzen Ja Sie sammeln auch eine 187 190 Wow, feuer Blume Klasse Wuhu Sie ist ja wundschig Ja, vor allem, warum rutschen wir auf den Blöcken? Ja, das weiß ich auch nicht Weil wir in der Eisweite sind Sind die Blöcke bestimmt auch rutschig Guck mal Warte, warte, warte Hier oben ist auch Eis Du, 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 du Vorsicht Klassisch versprungen Wow Oh no Warte mal, reicht Doch, das reicht Guck mal, es fehlen genau 50 Münzen Wow Perfekt Und ich in meiner Seifenblase wieder Du winkst uns zu Tschüss, bis bald Hier ist gemütlich Schön Level beendet Das war das Einstiegslevel Papa Eis Papa Eis Und jetzt geht es weiter mit der nächsten Welt Oder mit dem nächsten Level In Welt 1 Und das wird folgendes sein Das wird spannend Wolkenland Okay, besiege alle Galumbas Nein, wir sind im Pixel-Stil Das ist mein Lieblingsstil Ja, aber meiner nicht Wow, komm jetzt Was haben wir denn hier? Okay, wir springen einfach mal auf den Wolken Über den Wolken Oh, guck mal Was ist das für eine Maschinerie? Eine Partygesellschaft Wow Achtung Ach so, auf die kann man nicht springen Na, die haben doch einen Stachel Ach so Okay Dann mal weiter Gehst du vor oder soll ich vor? Warte, ich geh vor Komm, du schaffst das Ich schaff das Los, los Ja, warte, ich hab Angst Du brauchst zu lange Doink Okay, warte Sei ganz vorsichtig Komm Ja, spring Die Sprünge schaffst du Yoshi Yoshi, ich komme Nimm du Oh, da ist noch einer Ja Perfekt Eine Yoshi produzierende Röhre Okay, aber bitte weit springen, okay? Nee Sehr gut Guck mal, man kann sogar Münzen essen Ja Oh, was seid ihr denn für eine Partygesellschaft? Achtung Mach dir mal platt War ja klar Nein, nein War ja klar Was machst du denn wieder? Wart auf mich Wart auf mich Wart auf mich So, ich hab auch einen Yoshi Und Piu Ich hab den Panzer ausgespuckt Hast du gesehen? Oh, den Ziel Wart auf mich Nein, Yoshi hat sich selbstständig gemacht Und du gehst mit Yoshi ins Ziel Und ich steh ganz alleine oben Was machst du auch da oben? Na toll So wie ich in der Seifenblase stehst du jetzt auf dem Block Einfach mal den Yoshi ins Ziel geworfen Ja, selber schuld Ja, da hast du mal recht Okay, ein Brückenlevel Mal gucken, was jetzt kommt Es kommt Brückenlevel Nummer 2 Glaubst du? Ja, wir stehen noch auf der Brücke Und Oh Punkt, Punkt, Punkt Was hat das zu bedeuten? Eine geheimnisvolle Welt Eine Eiswelt Auf jeden Fall wieder an den Normalen Nein, Autsch, mein Pilz Oh, eine Feuerblume Das ist noch besser Jubi, day So Los geht's Jubi, dam 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 Oh Toll Ich bin nicht schuld Nein, hab ich auch nicht gesagt Okay, aber es kam so Nur weil ich das toll gesagt habe Spaß, Spaß Okay, warte Los geht's Vorsicht, Käfer Gar keine Einfach durchs Level kommt Okay Buss Wow Eine ganze Kette Eine ganze Familie Zusammen sind wir die Bui Bui Family Jetzt hast du dich erstrechen lassen Triff mit Ellen Brine Von Eissapfen Ja, weil ich gerade an eine alte Barbie Werbung gedacht habe Die ist 20 Jahre alt, glaube ich Triff mit Ellen Brine Mit Baby Sims 4 Das spricht jetzt nicht für dich Happy Family Freut sich schon sehr Jetzt halt mir deinen Rand Okay, Entschuldigung So Was ist mit dir passiert? Ja Das kommt davon Wenn du nicht aufpasst Ich war gerade so im Werbemodus Ja Geschafft Werbung ist nicht toll Okay Gehört aber dazu Irgendwo Irgendwie Irgendwann Außer im Katzeclub Da gibt's keine Werbung Das stimmt Weiter geht's MB2 Mario Brothers Die Mario Brothers Auch als Glendor bekannt Ach, für liebe Zeit Sind die Brüder hier im geliebten Land Ich hab mal einen Sprung gemacht Wie kommen wir da hoch? Komm, los Wir schnappen uns die Kisten Fahr ab auf, die Brüder Kannst du mal Oh, es tut mir leid Guck mal Ich bin Logistiker Ja Ich geh schon mal durch die Tür Ich bin Logistikmitarbeiter Hey, warte auf mich Ja, wenn du immer so prödest Ein Auto Ich arbeite in der Logistik Und Wow Wart auf mich Wart auf mich Yay Du hast dein Auto geschrottet Wow Ah ne, dein Auto gibt's noch Du hast irgendwie einen Reifen verloren Egal Ich kann auch dreireifig fahren Dreireifig Ja Wow Ein Poli Weg da, bitte her Mach den Blatt Mach den Blatt Irgendwie Ich hab leider nichts zum Blatt machen Doch, du kannst auf seinen Kopf springen Au Ich fahr da für viermal weg Ich bin so groß Soll ich jetzt Ziel springen Oder soll ich den Blatt sagen Nein, warte Okay, ich warte Ich mach ihn platt in der Zwischenzeit Okay, ich bin das Ziel Hau ab Hau ab, hab ich gesagt Kommst du da Hau ab Meine Oberarme Gehst du ohne mich? Ich hab die ganze Zeit auf dich gewartet und mich festgehalten Irgendwann ist halt auch mal genug Oh, knallhart Ja, ich hab schon gesagt, meine Oberarme Meine Oberarme? Ich kann mich nicht so lange an der Fadenstange festhalten Ja Letztes Level hier in der Welt von MB Oh, ich glaub wir treffen Bowser Gefährlich MB gefährlich Mit einem Smiley Okay Okay Was erwartet uns hier? Wow, warum rennst du? Okay Ja, so kommen wir über die Blöcke Bereit? Ja Let's go Okay Ich drücke, du springst Okay Los, 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 weiter, weiter, weiter Okay, warte Müssen wir da rein? Wir gehen da rein, okay? Okay Ich geh zuerst, tschüss Okay, tschüss Tschüss Okay, tschüss Wow, Münzen Münzen, Münzen Wow, was Was sind das für Laternen da oben? Oh Das ist nur Dekoration Okay Ich hab auf jeden Fall die Feuerblumen Laterne, Laterne, Sonne, Mond und Sterne Brenne auf mein Licht Also Ey, oh, du bist schon wieder die Tür ohne Ja, da geht's doch weiter, oder nicht? Oh, was ist denn jetzt los? Gefährlich Teppichtörtchen Was geschieht hier? Baby Bowser in der Clownskutsche Nee, das ist Bum, Bum Oder Bam, Bam In der Clownskutsche Da sagt jeder was anderes Ich wusste gar nicht, dass die auch in der Clownskutsche auftauchen können Ja, du kannst sogar einen Koopa oder einen Goomba in der Clownskutsche stecken Ja? Ja, das ist alles möglich Okay Du gehst hoch und checkst die Lage Kann man hier alleine durchkommen? Als Große bestimmt, oder? Nein, ich meine ganz alleine Wie willst du da hochkommen? Weißt du, ich hab dir jetzt eine Räuberleiter gemacht Also ich seh auf jeden Fall nichts hier oben, ja Ich frag mich, ob man das Level irgendwie alleine abschließen kann Kannst du mal ein Stück hochspringen? Die Treppe, ich seh hier oben gar nichts Ja, aber ich überlege gerade, ob wir überhaupt richtig sind Ja, überleg nicht zu viel Also entweder du kommst jetzt mal die Treppe hoch, dass ich da oben was seh Ich hab's auch ohne geschafft Ich glaub, du musst dich zerquetschen Ich muss dich zerquetschen? Da ist das Ziel Theoretisch können wir von oben drüber springen Wie? Ja, und jetzt rechts hoch Ah, da, warte, okay, warte Nee, warte, weißt du was? Komm, wir machen spannend Wir laufen hier mal durch Okay, warte Zerstöre das... Der fette Luigi Zerstöre das Eis hier drüben Ja, ich komme, warte So, und jetzt rum Krieg ich die Feuerblume? Ich bin Feuer, Mario, du bist riesen, Luigi Ja So, Achtung, Bomben, Party Und boom Jetzt haben wir eine Klamm-Battle Schießen, schießen, macht sie Platz Oh, schon geschafft Aber ich komm hier nicht rein Oh, warte, doch, 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 jetzt Jetzt hab ich eine Wirklichkeit gefühlt Wow, hier gibt's ganz wieder eine Abflüße Okay Ich geh mal rein Du kommst ja gleich sowieso mit Ja, wenn ich da rüberkomme Jetzt kommen wir zur Schuhparty Schüppiduppidu Schüppiduppi Mario im Frauenschuh Hallo Oh, guck mal, ich steh mit dem Frauenschuh auf deinem Kopf Ja, das tut weh Mit den High Heels Geschafft Tada, und das war die Welt von MB55 Lieber MB55 Vielen Dank, das hat großen Spaß gemacht Und wir haben mal wieder die Prinzessin befreit Genau, und ein Riesenlob dafür Für deine erste Welt Du bist dann noch super jung Und das hast du echt toll gemacht Na dann, ich würde sagen Eine weitere Welt machen wir noch Und das ist Super Oaken 5 Der ist jetzt nicht aus der Community Aber das war eine Welt, die nur aus 5 Leveln besteht Weswegen wir mal gucken, ob sie lang oder kurz ist Troupa, Icicles, Bumpaka Weiter geht's Wow, ein Schwimmlevel Ja, vor allem mit ganz vielen Autos Warum gibt's hier Autos? Wow, ich hab direkt einen Crash gemacht Ich auch Aber ich hab... Wow, da kommen ja Eissapfen runter Ja, lass dich bloß nicht treffen von den Dingern Ich versuch's Da ist dein Auto kaputt gegangen Weiß ich auch nicht Irgendwo nach rechts auf jeden Fall So Ist auf jeden Fall schwierig Boah, hast du gesehen? Ja, fahr weiter, fahr weiter Ich steck hier fest Ich komme Ich steck hier unten fest Gar nicht so einfach Oh nein, mein Auto Fahren in Slow Motion Ja, warte Ich brauche ein neues Auto Ich bin vor auf die Stacheln gefahren Wart auf mich Okay Okay So, ich steck auch in mein Auto Oh nein Oh oh Ich fahr oben lang Okay Au, mein Auto ist he Okay, warte mal Kann ich durch die Röhre mit dem Auto? Schade Ich muss mir ein neues Auto holen Okay, ich fahr schon mal weiter Nee Kommst du jetzt? Ja, ich muss jetzt noch mal drehen Also, es ist ein bisschen schwierig Komm jetzt Ja Nee, 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 nee Ich bin leider ein bisschen untergegangen Einfach abgestillt Ja, aber du hast mich noch befreit Du warst sogar die erste Person, die die Fahraufstange berührt hat Da ist deine Flagge Danke Sehr, sehr komisches Level Kann man nicht anders sagen Aber irgendwie lustig Okay Dann würde ich sagen, wir gehen da auf den Berg hoch, okay? Ja, mit der Leiter Mit der Leiter geht's noch oben Und was kommt jetzt? Du liest vor Poison Mushrooms Giftige Pilze Okay Wir sind bereit Wo sind die Giftpilze? Ein Mond Ja, und der hat sogar eine lustige Ah, nee, das sind seine Bäckchen Ich denke jedes Mal, dass es seine Nase ist Warum kommen hier so viele? Wow Ich hatte jetzt echt Glück Ich nicht Und, wie heißen die? Ein Squizzle Whizzle Ein Squizzle Whizzle Oh, ein riesen Squizzle Whizzle Muss man jetzt runter? Ich weiß nicht mehr, wie ich die genannt habe Oh ja Oh ja Okay, sehr komisch Oh, der wollte uns angreifen Ja, ich hab's auch gerade gesagt Der wollte uns aufessen Gerade noch so Das war ein Raupi Ein Raupi Ein Squizzle Whizzle Oder ein Hornliu Level beendet Toll Sehr, sehr toll Toll, toll, toll Schön Sehr schön Richtig schön Schön, schön Gut, dann gucken wir mal, was in der nächsten Welt auf uns wartet Ich sag immer Welt Level heißt das natürlich Level Level Star Run Level of Concern Concern of the level Holen wir uns den Stern und dann nimmt was Mach ihn platt Mach ihn alle Level ins Zielsohn Bitte roll ihn wohl Yeah Komisches Level Guck mal, du mit deiner Seifenblase Wasser Warum sind die Level so komisch von Oaken? So komisch So komisch Die Kanadier machen lustige Level Ist es ein Kanadier? Ja Okay Dann würde ich sagen Vorletztes Was haben wir denn hier Schönes? Und diesmal? Oaken Oaken Okay 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 So, wow Ein Spielzeugland Ein Bauglotzland Was sollte das jetzt bitte? Entschuldigung, ich wollte mal deinen Move bringen Ich komme so ganz fröhlich um die Ecke Juhu Ich bin auch angestürzt Mach ihn hey Nein, wir können ins Ziel kommen Okay Hey Alles okay, mein Freund Hey, mein Freund Hey, mein Freund Toll Ich wollte ihn noch betütteln Luigi hat es wieder alleine geschafft Ja, weil du dich um Gegner kümmerst Du hast halt ein großes Herz Ja, danke schön So, wen treffen wir jetzt im Schloss? Ähm, Wendy Wendy Was sagst du? Ich sag auch Wendy Bowser's Koopeling Superstar Bowser's Koopeling Superstar Also, es klingt so, als würden wir alle treffen Oh Fische Deo Oh 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 Ich wusste nicht, wie ich ausweichen soll Okay Jetzt sind wir besser vorbereitet Ja Deo Achtung, Achtung Oh nein Und Wow Ja Oh ja Morten Und auch noch Horten Nein, 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 nein Oh Oh Ich habe einen Stern Mach alle platt Mach sie platt Mach Bowser platt Ich komme morgen Oder heute Okay, ich komme gar nicht Tschüss Tschüss Ich bade in der Lava Ja, genieße es Ich schwebe davon Genieße es Kann mich jemand aus der Blase holen? Ja, wenn ich Zeit habe Toll Level beendet Das war auf jeden Fall eine schöne, starke Nummer So, und auf jeden Fall wieder die Prinzessin befreit Und das ist ja auch die Hauptsache Genau, alles für Prinzessin Peach Meine Lieben, vielen lieben Dank fürs Zusehen Auf der rechten Seite findet ihr weitere Videos Tippt da drauf und ihr kommt zu diesen Und nicht vergessen, den Kanal zu abonnieren, damit ihr nichts mehr verpasst Tippt dazu links auf das Katzen-Symbol und dann auf Abonnieren Schon seid ihr Teil unserer Katzen-Community Na dann, bleibt wie gewohnt Katztastisch!